Das alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, hallo, schönen guten Abend, guten Morgen. Es ist die Folge 17 mittlerweile der frisch-fröhlichen, philosophischen Trilogie Abstraktion, Abstraktion, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Mit der Nummer 93 am Start, ein gewisser Wolfgang Stegmüller zum Universalienproblem, einst und jetzt. Dort heißt es, empiristische Philosophen wie Rudolf Carnap, diese Zusatzbemerkung ist jetzt von mir, haben hervorgehoben, dass man zwei Wirklichkeitsbegriffe unterscheiden muss. Einen sinnvollen, empirischen und einen sinnlosen, metaphysischen. Und hier haben wir ein anderes Mal höher, und zwar das des falschen Werkzeugs. So, einen sinnlosen, metaphysischen. Wenn ein Streit darüber ausbricht, ob in Zentralbrasilien ein bestimmter Berg existiert, so kann man eine Expedition dorthin unternehmen und den Streit auf empirischem Weg zu Ende bringen. Falls jedoch alle empirischen Überprüfungsmethoden angewendet werden und zu einem einstimmig akzeptierten Ergebnis führten, so hat es keinen Sinn mehr, darüber zu diskutieren, ob der Berg wirklich ist oder nur in meiner Vorstellung existiert. Diese Auffassung, die findet sich relativ häufig, ist nicht besonders inspiriert, muss ich dazu sagen, und geht von einem völlig falschen Abstraktions- bzw. Begriffsverständnis aus, einem, ich sag falschen, man kann es auch irrtümlichen oder einseitigen, wie auch immer nennen. Es ist ein logischer Punkt, der Punkt, Punkt, jetzt kommt mal der Popschutz zum Einsatz, ein logischer Punkt, der unübersehbar ist, und zwar, ich schreite zum Anfang, Streit darüber ausbricht, ob in Zentral ein bestimmter Berg existiert oder nehmen wir, ob Japan existiert. So kann man eine Expedition, dann noch besser, ob Bielefeld existiert. Hier sind wir noch mehr, up to date, state of the art sozusagen. Irgendetwas existiert, dann ist der Punkt vielmehr wieder der eines Nominalismus, ob Abstraktionen eine tatsächliche Existenz haben. Und dieser Berg, da existiert, an diesem Berg existiert nichts anderes als der Name, so wie es im Nominalismus heißt, es gibt nichts als den Namen. Und in Japan existiert auch nichts als der Name, und Bielefeld existiert auch nur als Name. Oder eben man definiert, was unter Bielefeld, Japan oder diesem Berg zu verstehen ist, dann kann es sein, dass dieser Berg schon seit Jahrhunderten auf der Landkarte steht, und deswegen dieser Berg existiert, aber hält genauso wenig einer Prüfung überstand als die Frage, ob Japan existiert, anders als irgendeine willkürliche Definition, was unter Japan zu verstehen ist, entweder die Staatsgrenzen oder die Menschen darin, und wenn die Menschen darin, was alles dazugehört, ja, einfach alles, ja. Das ist alles unzureichend, da lacht ein echter Nominalist nur, was hier alles versucht wird. An sich, eben an sich, frei von diesen ganz speziellen menschlichen Zumessungen, gibt es nicht so etwas wie Bielefeld oder Japan oder irgendeinen Berg oder einen Hammer oder you name it. Und das ist der Punkt. Also hier, so hat es keinen Sinn mehr, darüber zu diskutieren, ob der Berg wirklich ist und nur in meiner Vorstellung existiert. Es geht alles an diesem Punkt vorbei. Dieses Empirische, dieses Erfahren, wie soll denn das sein, sinnlich erfahren, einen Berg? Sicher, auf praktischem Weg, es macht es wenig Sinn, das abzustreiten, dass es sich hier, kann man, wenn jetzt jemand sagt, dieser, der Vesuv existiert nicht, ist natürlich Blödsinn. Und wenn es jetzt darum geht, dieses Gebilde mit dem Namen Vesuv von einem Elefanten zu unterscheiden, da ist das ganz klar keine Frage. Aber der Punkt ist der, dass es sich immer um Nützlichkeitserwägungen handelt und in geinster Weise um irgendeinen erkenntnistheoretischen Beweis der tatsächlichen Existenz. Ich hoffe, ich habe mich hier deutlich genug ausgedrückt und kann mir jedes weitere Wort sparen, um mich, es gibt dann sicher wieder eine Gelegenheit, um an diesen Punkt, Ich hoffe, meine treuen Flofoller können sich dann erinnern. Meine Flofoller des Jahres 2094. Ich schreite weiter zu der Nummer 94, angekommen bei einem alten Freund in dieser Angelegenheit, kritischer Geist des 19. Jahrhunderts, für Unruhe gesorgt, aber auch widersprüchlich, unter Umständen sehr viel Quatsch verzapft, aber eben auch über einen scharfen Geist verfügt ursprünglich der Philologe und man merkt das, dieses Sprachbewusstsein ist jederzeit gegenwärtig. Also, alles Wunderbare, aber dass wir gerade an den Naturgesetzen erstaunen, anstaunen, dass unsere Erklärung fordert und uns zum Misstrauen gegen den Idealismus verführen könnte, liegt gerade und ganz allein nur in der mathematischen Strenge und Unverbrüchlichkeit der Zeitraumvorstellungen. Diese aber produzieren wir in uns und aus uns und mit jener Notwendigkeit, mit der die Spinne spinnt, wenn wir gezwungen sind, alle Dinge nur unter diesen Formen zu begreifen. So ist es dann nicht mehr wunderbar, dass wir an den Dingen eigentlich nur eben diese Formen begreifen, denn sie allein müssen die Gesetze der Zahl an sich tragen und die Zahlgerade ist das Erstaunlichste in den Dingen. Ja, die Unverbrüchlichkeit der Zeitraumvorstellungen produzieren wir, wie die Spinne spinnt, die ist permanent dieses Bewusstsein eines Raums und dieses Bewusstsein einer Zeit. Wenn sich jetzt das Ich nicht auflöst in einem Interesse versunken sein, jenseits von Zeit und Raum, davon abgesehen, ist mit dem Bewusstsein heißt im Grunde genommen nichts anderes, als sich einer Zeit und eines Raums bewusst zu sein, in erster Linie einmal. Und diese Zeitraumvorstellungen sind ja geteilt in Einheiten. Mit Zeitraum ist ja der Gedanke der Messbarkeit verknüpft. Und das ist dann das Erstaunlichste in den Dingen, und zwar wie die Zahlen in die Dinge reinkommen. Von Nietzsche jetzt etwas anders formuliert, Erstaunlichste in den Dingen, aber der Punkt ist der, wie die Zahlen überhaupt mit den Dingen in Verknüpfung kommen. Hier formuliert er das so, dass die Zahlen in den Dingen drin sind, dass eben das gemeint wird, oder es in der Natur des Menschen sozusagen liegt, mit einer Notwendigkeit, wie die Spinne spinnt, das Zahlen, das Abzählen eine ganz ursprüngliche Verhaltensweise darstellt. Zumindest das Abzählen der Eins, dass man immer weiß, das ist hier ein Ding, ein Gegenstand, und nicht mehrere Eins, 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 alles abgetrennt. Dieses Formen, Einheiten bilden gilt für die Zahlen genauso wie für Wörter. Und hier muss man sich im Klaren sein, dass eben von wissenschaftlicher Seite her, oder mathematischer Strenge sogar, da immer das alles fraglich ist, in Bezug auf die Geltung, in Bezug auf die an sich Geltung, muss ich sagen, weil eine praktische Geltung ist ja nicht abzuweisen, weil die ja sinnvoll ist, irgendetwas zu messen, um bestimmte Zwecke zu verfolgen, sich Einheiten zu schaffen, die sozusagen wie ein Vertrag sind, dass jemand anderer auch mit diesen Einheiten arbeitet, und man dann sagen kann, ja, diese Einheiten sind bei mir die gleichen wie bei dir, also kann ich jetzt sagen, schneide von diesem Brett jetzt 20 Zentimeter. Und da kann man dann davon ausgehen, dass eben ein Brett, das die richtigen Maße hat, dann im nächsten Ort landet, um zu einer Kommode verbaut zu werden, oder was weiß ich. Und was hier als Gesetz da so hoch gejubelt wird, das sind nichts anderes als die Gesetze der Brauchbarkeit oder des Nutzens, aber nicht die Gesetze der Wahrheit oder der Erkenntnis oder des Wissens, dass darauf nicht verwechselt werden. Gut, dann der Altmeister, David Hume, hier in einer ähnlichen Richtung, Qualität, Quantität. Die abstrakte Vorstellung eines Menschen repräsentiert Menschen von allen möglichen Größen und allen sonstigen Eigenschaften. Man schloss, dass dies nur möglich ist, wenn sie entweder alle möglichen Größen und Eigenschaften zugleich oder überhaupt keine bestimmte Eigenschaft repräsentiert. Also die abstrakte Vorstellung eines Menschen spricht der Mensch an sich. Und da man es nun für ungereimt hielt, die erstere Annahme zu machen, dass alle Menschen alle möglichen Größen und Eigenschaften zugleich haben, ungereimt die erstere Annahme zu machen, weil dieselbe ein unbegrenztes geistiges Vermögen voraussetzen würde, so hat man sich gemütlich für die Letztere entschieden. Wir haben keine bestimmte Eigenschaft. Man nahm also an, dass unsere abstrakten Vorstellungen überhaupt keinen bestimmten Grad weder der Quantität noch der Qualität in sich schließen. Und so schaut es eben aus mit dem Menschen an sich oder was noch geläufigere Formulierungen sind, das Wesen des Menschen oder die Natur des Menschen. Und hier haben wir es beim Menschen an sich mit, dieser Mensch ist weder Mann noch Frau, noch Kind, noch Bartträger, noch blond, noch dick, noch dünn. Er hat im Grunde genommen keine Eigenschaften, dieser Mensch. Außer man behauptet jetzt, alle Menschen sind sterblich. Wenn es sich hierbei um eine Wahrheit handeln soll, dann bin ich dazu bereit, dem zuzustimmen. Allerdings halte ich diese Aussage für ziemlich sinnlos oder wertlos. Und damit ist eigentlich auch schon sehr viel über den Erkenntnisgehalt oder den Sinngehalt dieser Aussage ausgesagt. Ja, der Schluss aus diesem Ganzen ist eben, dass Objektivität, wenn jetzt etwas von allgemeingültigster Allgemeingültigkeit behauptet wird, wie von mir aus die tagsüber scheint die Sonne, wenn es nicht bewölkt ist. Dann kann ich dem zustimmen. Von mir aus sollte es dann sogar eine allgemeingültige Wahrheit sein. Es ist ja nicht so, dass ich behaupte, dass es auf einer vernünftigen oder was die Nutzenerwägung betrifft oder angeht, dass man hier nicht eben so etwas zustimmen kann. Aber das bleibt eben jedem Einzelnen überlassen. Es werden sich in dem Fall, jeder Mensch ist sterblich, kaum jemand finden, bis auf ein paar Spinner, die der Meinung sind, das ist nur temporär, weil jetzt wird der Jungbrunnen erfunden und damit wird die Zellalterung verhindert und dann ist niemand mehr sterblich, was dann auch wieder abzuwarten wäre, weil ich mir vorstellen kann, dass es dann wieder Leute gibt, die sich dann selbst umbringen nach 500 Jahren, weil ihnen das alles zu blöd wird. Und der Punkt ist nur der, dass ich das entscheide, ob jetzt etwas an sich zu gelten hat oder nicht. Also in dem Sinne könnte ich die Einschränkung machen, so wie es das Sprechwort gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also gibt es in diesem Sinn auch etwas Allgemeingültiges, das kann es von mir aus geben. Aber das ist sowas von trivial dann, diese Wahrheiten oder dieses Wissen und sowas von nutzlos und auch sinnlos, dass sich da eigentlich jede weitere Diskussion erübringt. Ob man jetzt wirklich sowas behaupten will, aber wenn sich jetzt jemand überhaupt nicht davon abbringen lässt, dann sage ich, damit ich meine Ruhe habe, sage ich, na gut, na gut, dann stimme ich dir zu. Aber ansonsten haben solche Aussagen überhaupt keine Bedeutung. Gut, dann will ich mir nochmal einen Überblick verschaffen. Knappe 8 Minuten heißt es da. Da geht noch einiges. Wie zum Beispiel die Nummer 96 und ein Schluck aus der Tasse. Und nochmal kurz Product Placement. Schwesterkanal Ultima Ratio 101. Und die 101 nicht vergessen, denn Ultima Ratio gibt es auf YouTube wie Sand am Meer. Jetzt kommt auch so ein Kollege aus früher Vergangenheit zu Wort. Man hat ihn einen Materialisten genannt. Oder den Erfinder des Spruches, der Mensch ist des Menschen Wolf. Einen Antisozialisten. Der Mensch sucht die Gemeinschaft nur entweder um seines eigenen Vorteils willen oder des Ruhmes wegen, wie Hobbes das bezeichnet. Also der gegenseitigen Wertschätzung und die Chronik ums Maul schmieren. Und dergleichen. Aber hier kommt er in seiner Eigenschaft als Nominalist zu Wort. Mit der Proposition So sind denn die Fähigkeiten des Geistes nur Künste der Worte hatten wir schon mal gehatten. Die Technik Sprache als Kunst bei Gustav Gerber Die Fähigkeiten des Geistes nur Künste der Worte und die Vernunft ist nichts anderes als Rechnen mit Namen. Das ist jetzt sehr nüchtern. Aber hat Recht der gute Mann. Also ich gebe ihm Recht. Was gemeinhin wie diese Worte ohne Sprachbewusstsein benutzt werden eben als Identifikationsmuster rein ist ein reines Hin und Her schieben ein Aufaddieren von Begriffen in der formalen Logik wo es nur um das Allgemeine geht wo alles nur so pauschal besprochen und abgehandelt wird das ist nichts anderes als ein Rechnen mit Worten oder mit Allgemeinnahmen da kann man sich ein gegenseitiges Verständnis suggerieren schaut so aus Scheinbar ist es nur aber die Verbindung das Wunderbare die Zahlen in das Erstaunliche in den Dingen wie das Wort in das Ding kommt und die Zahl in die Dinge kommt das bleibt weiter ein Wunder schwebt über der allergrößten Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit Blindheit muss man sagen der Nebel in dem sich die Geister befinden gefesselt unfähig über die eigenen Schranken hinaus zu denken die Schranken des Allgemeinen des Pauschalen des Klischeehaften und es kommt der nächste George Bischof Berkeley Karl Grube über den Nominalismus in englisch und französischen Philosophie der untersucht hat was eben an David Hume an Hobbes an Berkeley da nominalistisch geht Nummer 97 alle Gebildeten und noch mehr die Ungebildeten führen auf allgemeine Urteile und überhaupt stehend gewordene stehend gewordene Wortverbindungen rein gewohnheitsmäßig und fast ohne Bedeutungsbewusstsein also dies dieses Herkommen die Sprachgewohnheiten die Auffassung irgendwelcher Begriffe übernommen gelernt nachgeahmt nachgeäfft den altvorderen wie es früher geheißen hat übernommen von der vorigen Generation und übertragen auf die nächste rein gewohnheitsmäßig und fast ohne Bedeutungsbewusstsein oder Sprachbewusstsein wie ich das nenne das das ist eine Verschwendung menschlicher Kapazitäten oder eine Unterforderung des Verstandes Vermögens ein Brach liegen lassen von Dispositionen intellektueller Art ohne Gleichen eine Ressourcen Verschwendung die mit dem ersten Tag im System im Kindergarten schon beginnt wird einem das abdressiert das natürliche Interesse für die Dinge und dem Forschen dem Nachforschen auf den Ursprung und die Herkunft alles möglichen bis man dann schließlich auf RTL 2 landet oder sein ganzes Leben dem schnöden Mammon weit aber genug geplaudert es folgt die Nummer 98 jetzt in der Folge 17 der munteren Trilogie Abstraktion Nominalismus Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal David Hume nochmal kommt zu Wort soeben ist meine Zeit abgelaufen es ist klar dass wir bei der Bildung der meisten allgemeinbegriffe wenn nicht bei allen von jedem besonderen Grad der Quantität und Qualität abstrahieren das war in größeren Passage schon mal der Punkt deswegen brauche ich mich jetzt hier nicht mehr groß aufzuhalten also diese Besonderheiten an Quantität Quantität spielt nur insofern eine Rolle dass es dass es sich um Allgemeinheiten handelt und es allgemeines immer quantitatives ist immer immer ein mehr gehen der das Kriterium dieser Angelegenheit und von Qualität im Sinne eines besonderen individuellen unvergleichlichen ist in der Allgemeinheit nichts mehr vorhanden und ich hänge noch mal mein Credo zu guter Letzt noch mal mein Credo an dass nichts gegen Allgemeinbegriffe gesagt ist wenn sie nicht mit Wissen und Erkenntnis in Verbindung gebracht werden also keine Art von logischer Geltung damit gemeint ist sondern nur nützliche Hilfsbegriffe darstellen um ganz willkürliche Interessen zu verfolgen das ist der Punkt und das ist der Paradigmen Wechsel der sich in dem Dogma in dem Dogma gipfelt es ist nichts gegeben das ist eingetragen im Reisepass im Reise Reise Gewerbeschein Reise Gewerbeschein steht es ist nichts gegeben und so werden wir aus Scharen in die Lande und die Kunde verbreiten aber für heute ist Schluss Peace und Out und mit Scharen Bis zum nächsten Mal.